Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und es gibt sehr schlechte Nachrichten. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde Rouge abgestellt, hier gibt es einen Artikel dazu, Link dafür natürlich auch in der Beschreibung. Es ging um eine Lizenzgeschichte im Endeffekt, also Ubisoft hat einfach nicht mehr die Lizenzen für Rouge und wenn man auch Rouge startet, dann sieht man relativ schnell, dass die Multiplayer-Server nicht mehr vorhanden sind. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. So. Dann haben wir mehr Spieler und keine Verbindung zu den Steam-Servern. Also Rouge ist tatsächlich tot. Das ist natürlich sehr schade. Leider kann ich natürlich dann auch keine Multiplayer-Replays mehr kommentieren. Ja, ich könnte jetzt allerhöchst noch gegen KI spielen. Aber ihr wisst ja, dass ich eigentlich gar kein Rouge spielen kann. Ich habe mir eigentlich immer nur meine Gegner rausgesucht und es war immer vorher abgesprochen, was wir jetzt tun, wie wir spielen, dass ich im Endeffekt so gut wie möglich dastehe. Es ist jetzt natürlich gegen KI nicht mehr möglich. Und deswegen werde ich Rouge als Projekt auf unserem Kanal hiermit wenden. Aber ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut von Ubisoft. Ich meine, das Spiel ist jetzt immerhin schon über fünf Jahre alt. Also damit ist es definitiv veraltet. Ich finde die Herangehensweise von Ubisoft in der Hinsicht sehr gut, dass sie jemanden zu seinem Glück zwingt. Sie zwingen einen dazu, jetzt andere Spiele zu spielen. Und ich denke, das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mir jetzt alle sechs Monate den neuen Assassin's Creed Teil spielen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn er nach drei Monaten nicht mehr funktioniert, weil bis dorthin, ja, gibt es natürlich wieder andere Spiele. Und ja, warum sollte man sich auch mit sowas lange aufhalten? Also es ist doch eigentlich nur zugunsten der Spieler. Und ja, es gibt auch noch andere Sachen anzukündigen. Ich werde auch EU4 beenden müssen. Ich habe einfach festgestellt, es macht keinen Spaß gegen KI zu spielen. Es war einfach das erste EU4-Projekt. Es war in der Hinsicht, das hatte seinen Reiz, weil ich einfach, ja, indem ich die Regeln etwas manipuliert habe und natürlich alles abgesprochen war, so tun konnte, als ob ich ein extrem guter EU4-Spieler bin. Aber spätestens seitdem ich gegen KI spiele, sieht man, es ist leider nicht so. Und es macht halt auch einfach keinen Spaß, wenn man nicht vorankommt in diesem Spiel. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Auch mit War Thunder gibt es Probleme. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, wie froh die Leute sind, dass kein War Thunder mehr kommt und dass sie sagen, sie deabonnieren den Kanal, sobald auch nur noch ein einziges Video kommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann musst du eben den Kanal etwas umstrukturieren. Und da habe ich zwei Dinge entdeckt. Ich habe mir so überlegt, was, ja, wie läuft es denn gerade auf YouTube? Und ich habe festgestellt, es gibt so zwei Hypes, die sich so langsam, aber sicher entwickeln. Und es wäre zum einen so ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, mit solchen Klötzchen. Das ist sehr interessant, weil man einfach quasi aus dem Nichts Dinge erschaffen kann. Das nennt sich Minecraft. Aber weil es dazu leider schon ein paar Videos gibt, habe ich mir gedacht, ich kombiniere das mit dem anderen Hype. Ihr wisst ja, das kommt jetzt so langsam, aber sicher auf. Immer mehr Leute wollen Videos über Zombiespiele sehen. Und weil ich dachte, DayZ, ja, dazu gibt es auch schon das eine oder andere Video. Kombiniere ich das Ganze und mache in Zukunft einfach nur noch Unturned Videos. Das ist einfach die perfekte Kombination aus beidem. Also es wird quasi mein neues Hauptprojekt, aber ich habe mir auch noch was anderes überlegt. Und zwar habt ihr vielleicht während unserem Livestream, unserem 16-Stunden-Livestream, bemerkt, dass ich die unfassbaren Counter-Strike-Skills habe. Also es war ja wirklich unbeschreiblich, wie ich einfach jeden Gegner fertig gemacht habe. Und da habe ich einfach erkannt, dass ich einfach mein Talent verschwende, wenn ich jetzt einfach nur normale YouTube-Videos mache. Ich werde jetzt einfach anfangen, in der ESL Counter-Strike zu spielen. Und da wird es dann natürlich auch dementsprechend öfters Livestreams von mir geben. Natürlich auf großen Twitch-Kanälen. Ihr dann auch live verfolgen könnt. Seht es quasi als vorzeitiges 5200-Abonnenten-Special an. Einen Start in der ESL mit meiner ESL-Karriere in Counter-Strike Global Offensive. Okay, gut. Dann war es das eigentlich auch schon mit dem Infovideo. Ich sollte mich sowieso beeilen. Ich muss noch schnell ein Rouge-Video aufnehmen. Also bis dahin. Ciao, Leute!